Wie ihr unschwer erkennen könnt, sitze ich auf etwas Neuem. Vom Matrix kommt eine neue Keeper und die Features unserer neuen Keeper, die möchte ich euch jetzt kurz erklären. Fangen wir mal an mit unserem Fußpodest. Bei unserer ersten Keeper haben wir an der Seite Schrauben gehabt, die fallen jetzt weg. Wir haben hier ein Magnetsystem, hier braucht ihr nur den Griff, einmal ziehen, loslassen, ausziehen, Fußpodest, sitzt. Möchtet ihr das wieder rein haben, das ist jetzt fixiert. Möchtet ihr wieder drin haben, einmal rein, zack, zu, fest. Jetzt kommt der Clou, wollt ihr das Fußpodest mal sauber machen, dann braucht ihr nur so machen, zack, halten den Griff und dann könnt ihr euer Fußpodest reinigen, von Dreck befreien, was auch immer ihr wollt. und dann nachher einfach wieder einmal kurz einschieben, den Griff ziehen und wieder zu. So, des weiteren, auch hier, ich ziehe das jetzt mal aus, dann setze ich mich nochmal hier drauf. Dieses System hier, auch unten diese Frontlader, müsst ihr einfach nur hier einen kleinen Halter ziehen. Könnt ihr das super rausnehmen, hier zum Tragen. Alles ein bisschen erleichternd gemacht, auch zum reinmachen ist es jetzt wesentlich leichter. Einfach nur so rein schieben, zack, rastet ein, ist sofort fest. Also alles funktionell, qualitativ besser gemacht. Wir haben neue Schrauben, neue Beine. Wie ihr seht, die Beine sind schwarz, die sind pulverbeschichtet, beziehungsweise im Metall mit eingearbeitet. Das heißt, die bleiben schwarz, sind noch sehr rau gehalten, dass das Rutschen vermieden wird, dass die Beine nicht abrutschen können. Also habt ihr noch mehr Halt, noch mehr Griffigkeit. Zudem kommt dazu, dass die Beine, auch hier die Schrauben sind geändert. Das heißt, ihr habt noch mehr Griffigkeit, um diese festzuziehen, dass ihr noch mehr Sicherheit habt beim Sitzen. Und jetzt kommt der Clou noch, unsere Beine waren bis jetzt immer nur in dieser Stellung bewegbar. Und jetzt, da öfters auch die Angler oder ich auch selbst, auf Steinen sitze, haben wir jetzt das Gelenk noch zur Seite auch noch arbeiten lassen. Das heißt, ihr habt, selbst wenn ihr auf Steine geht, nicht nur die Bewegung nach vorne und nach hinten viel Freiheit, sondern auch zur Seite. Ja, das ist natürlich gerade, wenn ihr auf Steinen sitzt oder so, fehlte manchmal so das kleine Etwas, was wir jetzt auf jeden Fall besser gemacht haben. Das Klemmsystem ist so gearbeitet, dass die Beine nicht mehr beschädigt werden. Das heißt, ihr habt immer frei und saubere Beine, die immer schwarz bleiben. Ja, der Sitz ist auch noch mal überarbeitet. Das heißt, auch hier habt ihr ein bisschen mehr Komfort. Ja, was auch neu ist, wir haben eine Wasserwaage jetzt noch nicht nur hier oben, sondern auch hier unten, dass ihr noch von der Varietät noch ein bisschen gerader sitzen könntet. Gerade die Leute, die Rückenprobleme haben, brauchen das. Ich habe auch öfters Rückenprobleme und muss gerade sitzen, weil sonst renne ich zwei Tage rum und möchte nicht arbeiten gehen. Auch hier das Fußpodest qualitativ super verarbeitet. Wir haben hier noch eine Kante verarbeitet, gerade für die Kopfrutenangler, die vielleicht noch mal den Fuß ein bisschen ausstrecken wollen. Ich kann das mal kurz zeigen. Normal sitzt man als Fiederangler, ist das egal. Dann sitzen wir so. Aber gerade als Kopfrutenangler hier noch mal diese kleine Kante, dass man noch mal die Hand ein bisschen höher halten kann, dass man sich noch ein bisschen entlasten kann. Super gemacht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Design ist Wahnsinn, wunderschön. Auch der Tragegriff haben wir auch ein bisschen geändert. Das war das Design ist natürlich anders und ihr könnt die Gurte abmachen. Wenn ihr die nicht benötigt, könnt ihr die einfach raus machen. Hier ganz schnell, ohne Probleme. Das ist halt euch selbst überlassen. Aber das ist jetzt alles ein bisschen einfacher gehalten. So habt ihr die Kiste dann eventuell noch einen Ticken leichter, wenn ihr immer ein Transportsystem verwendet. Vom Design natürlich eine Wahnsinns-Keeper, wie ich schon gesagt habe. Der Sitz ist wahnsinnig weich jetzt. Das heißt, das wird euren Rücken ein bisschen gut tun. Auch gerade hier das neue Shape von unserem Frame wunderbar verarbeitet. Das heißt, wir haben hier ein ganzes Rohr von unten bis nach hinten verarbeitet. Das Design finde ich wunderschön funktionell. Bietet auf jeden Fall viel Raum. Und ich denke, eine super Lösung. Ich denke, ein super Produkt. Ich freue mich schon, wenn ich meine bekomme. Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt wieder abgebe oder ob ich die behalte. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Anschauen. Und dann natürlich, wer sich für diese Kiste entscheidet. Viel Spaß!